hallo liebe freunde heute geht es um nahrungs ergänzung und vitalstoffe und so weiter ich bin ja schon bei einer firma die heißt wabon die ich immer so als der lieferant von kollodialen mineralien bezeichne die haben ja ein spektrum von rund 70 wenn ich recht informiert bin kollodialen mineralien die direkt zellgängig sind und dem körper bei ganz ganz vielen prozessen helfen und die die zellerneuerung unterstützen und so weiter wabon hat verschiedene produkte ausgehend von dem hauptprodukt dann in verschiedensten formen und dann auch noch zum zum zellerneuern speziell das renew und meine frau und ich benutzen die produkte oftmals ist es ja so dass die frauen viel sensibler reagieren auf bestimmte stoffe besonders wenn sie irgendwelche unverträglichkeiten haben oder wie auch immer und die männer sind da eher so robusta in der regel und von daher habe ich mit den produkten die wir bisher nehmen keine probleme bei meiner frau ist es so dass sie da eher darauf sensibel darauf reagiert und deshalb sind auch immer am links und rechts schauen für wen was passt vielleicht hat man auch mal was von einer company wo man sagt das ist das spezielle produkt von dieser firma für die die hauptsächlich steht und probiert es dann einfach auch aus und hat so ein bisschen auch seinen mix was sie übrigens macht was ich jetzt noch gar nicht irgendwie da aktiv kommuniziert habe ist doTERRA essenzielle öle damit arbeitet 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 ist für sich eigentlich recht stark ich nehme das ab und zu mal irgendwie so ein bisschen auch um mein rückenproblem ein bisschen auch ab und zu da mal ein bisschen zu behandeln im lendenbereich wo ich damit mit bandscheiben ein bisschen thema habe und so weiter gut was ich jetzt heute vorstelle wo wir über einen ganz ganz lieben freund den tobi dazu gekommen sind oder ganz lieben bekannten sage ich mal das ist die firma root und jetzt muss ich eigentlich hier die ding ausschalten die weichzeichnung die habe ich noch hin hinten drin so also die firma root ist gar nicht so einfach spiegelverkehrt so firma root und zwar clean slate ist ein produkt basierend auf zeolit in flüssiger form was extrem gut ist zur entgiftung und das war eigentlich auch der grund warum wir dieses produkt uns bestellt haben und schwermetalle giftstoffe und so weiter einfach den körper mal komplett zu reinigen das werden wir jetzt tun meine frau nicht hier so sieht es aus root genau clean slate heißt es ich mache auch unter das video ich habe so eine kleine ding angefangen eine kleine playlist wo ich ein paar videos dazu habe unter anderem auch was clean slate für ein produkt ist können andere viel besser erklären als ich wir sind auch in der telegram gruppe wo ganz ganz viele heilpraktiker therapeuten und so weiter auch drin sind ärzte und wo man auch erfahrungswerte austauscht mit den verschiedenen produkten und so weiter ich sage immer man muss nicht alles wissen man muss es nur tun und von daher mein appell oder meine anregung an dich bestell dir das mal und informiere dich über die verschiedenen kanäle die es gibt kommen auf mich zu wenn du konkrete fragen hast ich schau dass du die info bekommst die antwort wissen ist bekanntlich eine hohlschuld von daher möchte ich dich gar nicht mit wissen zuschütten da gibt es andere die machen das viel besser dann haben wir noch ein produkt habe ich noch gar nicht ausgepackt das heißt zero in und zwar geht es darum dass verschiedene wirkstoffe verschieden natürliche stoffe so im mix zusammen sind dass es den körper triggert oder anregt dass er serotonin und dopamin produziert einfach zum wohlbefinden zur steigerung der leistungsfähigkeit und ja ich sag mal alle leute irgendwie auch gewisse performance bringen müssen haben damit sicher sehr gute erfahrungen ja in diesem sinne das war es eigentlich schon ich habe das jetzt als doppelpack im prime heißt es glaube ich bei root prime bestellt weil man da die spaß in abo eine abo bestellung und da bekommt man dann ab der zweiten bestellung in der die versandkosten erlassen und ja wenn ihr das dann aktiv auch weiter vertreiben wollt dann könnt ihr das gerne tun ich habe auch ein video dann in dieser playlist unten drin wo die vergütungsplan auch erläutert ist aber in erster geht es mal um das produkt dass ihr das für euch mal zwei drei monate nehmt testet und so weiter dosierungen gibt es auch viele info videos aber kommt auch gerne auf mich zu oder auch wenn ihr spezielle fragen oder oder beschwerten oder anliegen habt was ihr behandeln wollt wo ihr den körper stärken wollt dass er quasi selbst mit gewissen herausforderungen besser zurecht kommt dann fragt mich gerne und ich hole die infos ein dies dazu braucht und ja dann alle infos unter dem video und dann wünsche ich euch viele gute erfahrungen mit den produkten von root ja ist eine sehr sehr spannende firma und wie gesagt ich gucke auch gerne da mal links und rechts über den tellerrand und und arbeite auch gerne mit zwei drei firmen zusammen was ich jetzt noch im moment auch schon nehme und wo ich auch einen direkten draht zu den inhabern habe ist die firma veganer natura und ähm die äh sind am thema nukleotide dran ähm gerade leute die jetzt zum beispiel leistungssportler sind ähm haben eine unheimlich schnelle reaktion äh regeneration äh mit den produkten mit den nukleotiden ähm das sind einfach zellbausteine und da gibt es einen äh dr köppel der da äh führend ist eigentlich in der forschung ähm und äh die arbeiten da sehr eng mit dem zusammen und haben jetzt dann die produkte basierend auf seinen forschungen äh bringen die jetzt in den markt auch als nahrungsergänzung ähm kann also auch jeder von uns vertreiben und weiterempfehlen und ähm wenn ihr da interesse habt kommt auch auf mich zu ähm wir haben auch ein produkt wo wo es sehr stark den darm regeneriert äh und so weiter also ähm es gibt vieles vieles gutes vieles was man tun kann und ähm ja sind ja auch alles möglichkeiten wo wir uns durch weiterempfehlung indem wir anderen gutes äh weiterempfehlen können wir uns auch da noch zusätzlich ähm einkommen nebenbei aufbauen und das finde ich eine tolle sache diese empfehlungsgeschäfte wo man dann auch ähm da entsprechend passives einkommen oder auch aktiv passives einkommen aufbauen kann also soweit mal zum thema root und äh zero in und clean slate ähm äh testet es ruhig und gibt mir da neuer feedback oder kommt vorher auf mich zu und stellt eure fragen und dann werdet ihr da gut bedient in diesem sinne freue mich auf euch und auf die zusammenarbeit mit euch vielleicht will der eine oder andere das ja auch aktiv weiter empfehlen bis dann dann dann